Diese praktische kleine Fruchtpresse ist perfekt, um alle Arten von Zitrusfrüchten auszupressen. Der Saft tropft durch die großen vertikalen Schlitze direkt in den 500 ml Messbecher, der die genaue Saftmenge anzeigt. Dank der quadratischen Form lässt sie sich beim Pressen und Ausgießen gut festhalten. Die Fruchtpresse ist leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Der mit der Fruchtpresse mitgelieferte Messbecher hat ein kompaktes Format von 13 x 13 cm Breite und Tiefe und ist 13,5 cm hoch. Und, oh ja, sie erhalten auch noch 5 Jahre Brabantia-Garantie dazu.